Hallo und willkommen zu diesem kleinen Preview zu den Änderungen im PvP durch den Balance Patch am 27.01. hier auf guildnews.de. In diesem Video stelle ich euch das neue Sigil, das neue Amulett und tatsächlich auch die neue Rune vor und gleichzeitig neue, ja wie soll man es sagen, weiche Übergänge im Spectator Mode. Fangen wir aber erstmal mit den grundlegenden Dingen an. Ihr seht, mir fehlen hier noch einige Runen, die ich mir freikaufen muss, unter anderem auch die neue Rune. Ich verwechsel das da auch in dem Moment im Video mit der Rune des Widerstandes. Jetzt im Nachhinein weiß ich, welche Rune tatsächlich gekauft werden musste, nämlich die Rune des Plünderers. Sie bringt euch insgesamt 175 Zustandsschaden und der Zweierbonus 25% Chance, dass euer nächster Angriff Leben stiehlt, wenn ihr getroffen werdet. Dann haben wir nach Anwendung eurer Heilfähigkeit entzieht ihr Leben und 7% der Vitalität wird in Zustandsschaden umgewandelt. Punkt Nummer 2 ist das neue Amulett, das wackere Amulett mit Kraft, Zähigkeit und als Main-Stat Vitalität für die Leute, die ein ganz defensives Bild spielen möchten hier in diesem Fall. Also Soldaten-Stats mit dem Fokus auf der Vitalität und zum Abschluss haben wir das CG der Pine, welches eine 50% Chance bei einem kritischen Treffer hat, Pine im Wirkungsbereich zuzufügen den Gegnern. Also so ein bisschen wie Air und Fire, nur halt mit dem Zustand Pine. Das ist allerdings nicht die einzige Änderung, die fürs PvP interessant sein könnte, zumindest aus meiner Sicht. Und zwar geht es um die Spectator Points im PvP. Ihr kennt das von Shoutcast, wir wechseln von einem Punkt zum nächsten und wir wechseln direkt dahin. Das wird sich von jetzt an ändern, denn es gibt ja weiche Übergänge. So ein Swoosh, nenne ich es gerne auch, von einem Punkt zum anderen. Ich gehe das gerade mal so ein bisschen durch, hier auf der Map V-Fire. Ihr seht, man kann sich so von Lord-Raum zu Lord-Raum bewegen. Man kann es auch direkt tun, das ist allerdings ein bisschen verrückt. Und man kann von einem, vor allem so einem Lord-Rush, eine ganz, ganz andere, ja, oder überhaupt generell den Kämpfen, einen ganz, ganz anderen Blickwinkel geben durch diese Übergänge. Kann man halt mit der Truppe, mit dem Lord-Raum quasi so ein bisschen mitgehen. Und das Praktische ist, das Ganze funktioniert nicht nur von Spectator Point zu Spectator Point, sondern auch von Spieler zu Spieler und Spieler zu Spectator Point. Auch das zeige ich euch gleich nochmal. Ihr könnt den auch, ihr seht es gerade auf V-Fire, den direkten Weg nehmen. Das heißt, von Lord-Raum zu Lord-Raum und zurück. Das ist allerdings ein bisschen verwirrend, denn die Übergänge dauern immer gleich lange, egal wie weit der Weg ist. Also zwei recht nahestehende Personen, da ist dann dieser weiche Übergang sehr langsam. Bei weiten Punkten, wie wir das hier haben, ist der Übergang sehr schnell. Beim Wasserfall seht ihr zum Beispiel auch, dass die Übergänge sehr abgehackt sind. Wie gesagt, es ist wichtig, dass direkter Blickkontakt zwischen den Punkten existiert. Und das ist halt nicht überall der Fall. Das heißt, vor allem wir Shoutcaster müssen auch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Man kann da auch noch ein bisschen tricksen, sodass man in der Mitte von einem dieser weichen Übergänge, von diesen Swooshs, auch die Möglichkeit hat, direkt zu wechseln. Ein schönes Beispiel gibt es dazu auf der Map, Tempel des stillen Sturms. Und zwar erreicht man diesen seitlichen Spectator Point nicht vom mittleren Punkt aus. Man kann allerdings, wenn man im Übergang von einem Punkt zum nächsten ist und an der richtigen Stelle trifft, hat man quasi den direkten Blickkontakt und bekommt so diesen weichen Übergang. Man muss allerdings sagen, dass vor allem Tempel des stillen Sturms eine Karte ist, bei dem diese weichen Übergänge nur mager funktionieren. Wenn wir uns das Ganze nämlich anschauen, haben wir zwei Capture Points, die total isoliert sind vom Blickwinkel her. Und wir haben ganz unten Tranquility, den Buff, den man ebenfalls nicht erreichen kann über diese sanften Übergänge. Was man aber machen kann, das seht ihr hier ganz schön, sind die Übergänge von der Mitte zu Stillness um und von Stillness wieder runter zur Mitte. Die sind extrem gut gelungen und mit der Hilfe der Spieler werden wir sicherlich auch noch den ein oder anderen Übergang zwischendurch schaffen. Allgemein ist das Feature sehr, sehr hilfreich. Und um euch zu zeigen, wie das Ganze auch mit Spielern aussieht, habe ich mir jetzt hier mal Jabro geschnappt und mit ihm zusammen dieses Video aufgezeichnet. Ihr seht, man kann von Spectator Point zu Jabro swooshen und auch wieder von Jabro zu Spectator Point zurück. Das heißt, wie gesagt, vor allem wir Shoutcaster werden ein bisschen lernen müssen, wie man damit umgeht, aber das sieht von den Übergängen einfach sehr, sehr weich aus. Ich habe vorhin gesagt, man kann Wasserfall nicht direkt erreichen über diesen Swoosh. Das funktioniert aber, wenn man einen Spieler mitnimmt. Hier habt ihr das gesehen, wenn man das Ganze ein bisschen schneller klickt, das ist wie gesagt eine Übungssache, könnte man auch den Komplett-Swoosh zum Wasserfall hinbekommen. Auch hier, um euch das zu demonstrieren, ich kann von Wasserfall zu Jabro zum nächsten Punkt. Das war gerade ein bisschen abgehackt, wie gesagt, Übungssache, weil man nämlich, wenn die Leute ein bisschen out of Range laufen, direkt einen abgehackten Übergang bekommt. Das wird hin und wieder in Shoutcast sicherlich passieren, wenn ich vor allem daran denke, dass die Spieler sich halt permanent bewegen. Aber wenn wir das halt mit ein bisschen Übung das Ganze regeln, dann kriegen wir auch schöne Übergänge hin. Hier hat man es gerade auch gesehen, wenn man halt die Leute direkt im Blickfeld hat, dann kann man einfach mit einem Doppelklick draufdrücken und bekommt dann diesen sanften Übergang von Vorfire oder vom Spectator-Point auf Vorfire hin zum Spieler selbst. Wir zeigen das Ganze auch nochmal direkt auf Temple of the Silent Storm, weil es halt auch da einige schöne Übergänge und einige Tricks gibt, wie man das Ganze regeln kann. So könnte ich zum Beispiel hier zu Jabro und dann weiter zum Altar swooschen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt keine direkte Verbindung, aber Spieler machen halt die Verbindung. Und besonders in den einen oder anderen engeren Durchgängen, hier hätte es fast geklappt, da hätte ich vielleicht eine Sekunde eher drücken müssen, bekommt man halt sehr, sehr schöne neue Blickwinkel eigentlich aufs Spiel. Das ist alles sicherlich eine Übungssache und wir werden sicherlich noch die eine oder andere Sache sehen. Aber das ist halt der erste Weg zu einem besseren, ja, Spectate-Gefühl, aber auch einfacher für die Zuschauer dem Ganzen zu folgen. Manchmal wundert man sich, hey, wie kommt man von Punkt A nach Punkt B oder an welchem Punkt genau kämpfen wir uns, bekämpfen wir gerade. Windmill und Mansion zum Beispiel auf Battle of Kylo sind da ein gutes Beispiel. Die sehen vom Punkt her erstmal relativ identisch aus und manchmal weiß man da nicht, ist man im Norden oder ist man im Süden. Und genau das kann halt mit diesen sanften Übergängen umgangen werden, sodass sich die Spieler jetzt wohler fühlen und eher wissen, an welchen Punkten sich die Spieler befinden, beziehungsweise derjenige, der spectatet. Ja, das war es an dieser Stelle eigentlich schon mit großen Änderungen im PvP, mit Ausnahme natürlich der Balance Changes. Den Link zu den ganzen Änderungen, durch die ich jetzt nicht nochmal durchgehen möchte, weil wir das bereits im Podcast gemacht haben, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gehtnews.de und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dahin.